Wenn du bereits sieben oder acht große Erfolgsergebnisse in deinem Leben produziert hast, vielleicht Firmen gegründet hast oder Vereine, Institutionen oder ein Haus gebaut hast, dann wirst du wissen, dass der Gedanke, den du hast, auch in der Tat umgesetzt werden kannst, dass du also Selbstverantwortung dafür übernehmen kannst, erfolgreich zu werden. Wenn du aber am Anfang deines beruflichen Lebens stehst, vielleicht die erste Existenzgründung planst oder du schon alt geworden bist, aber noch nichts in die Tat umgesetzt hast, wo du sagen kannst, das war mein Erfolg, dann wird es dir vielleicht am Glauben fehlen, selbst als Mensch erfolgreich sein zu können. Und deshalb werde ich dir in diesem Video aufzeigen, wie du deine Brücke zum Erfolg baust, wie du also aus den Gedanken, den Vorstellungen, den Ideen, die du hast, tatsächlich erfolgreiche Ergebnisse erzielen wirst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht gleich als erfolgreicher Unternehmer oder Gründer und Berater in die Wirtschaft eingestiegen, sondern zunächst habe ich gestartet ganz normal als Angestellter. Also ich habe in anderen Unternehmen oder Institutionen des Staates gearbeitet. Und da gibt es nicht so viele große Erfolgserlebnisse, die in mir das Bewusstsein aufgebaut haben. Alles, was ich mir vorstellen kann, kann ich auch umsetzen. Das habe ich dort nicht gelernt, sondern ich durfte mit kleinen Projekten in Form Schritt für Schritt starten. Und die große Herausforderung ist, dass die erste große Existenzkundung in der Regel auch bei dir nicht auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Folglich also brauchst du Know-how, Ermutigung und auch Strategien, die dir helfen, die dir Sicherheit geben, dass den Gedanken des Vorabends, das du umsetzen willst, tatsächlich auch Realität werden kann. Und darum geht es in diesem Video. Schauen wir nun zunächst mal die Ausgangssituation der meisten Menschen an. Auch bei mir damals war es so, dass meine erste Existenzgründung lediglich eine Idee war. Sie befand sich im Inneren meines Kopfes, in der sogenannten inneren Welt. Im Außen war noch nichts zu sehen. Selbst wenn ich darüber gesprochen habe, habe ich wenig Bestätigung, wenig konstruktives, positives, ermutigendes Feedback bekommen, sondern eher Gelächter und ein wenig Zweifel wurde gesetzt, dass ich als Beamter mich selbstständig machen will. Die gute Nachricht ist dabei, dass du über zwei große Freiheiten verfügst und dass du alleine auch die Verantwortung dafür hast, was du denkst und was du dann als nächstes tust. Das bedeutet, die ersten beiden Schritte sind in deiner inneren Welt, deine Gedanken neu zu sortieren, sprich Verantwortung dafür zu übernehmen, was du denkst und was du nicht mehr denkst. Und eine erste Entscheidung ist, sich Gedanken zu machen, wie die Idee oder das Vorhaben tatsächlich in der Realität in der Zukunft aussehen wird und was dazu erforderlich ist. Und als nächstes kannst du anfangen, dein Tun, dein Verhalten, deine Zeitgestaltung, deine Fähigkeiten, die du hast und Talente, die du hast, also Ressourcen, auch zielführend Schritt für Schritt einzusetzen. Das heißt, die ersten beiden Schritte sind, damit dein Erfolg manifestiert wird, sichtbar wird, dein Denken und dein Verhalten zu ändern. Wenn du dein Denken erfolgreich zielführend ausgerichtet hast, also von den 60.000 Gedanken, die du am Tag hast, die Mehrheit oder die steigende Anzahl der Gedanken immer mehr einsetzt, dass du über dein Ziel und deine Zukunft nachdenkst und dein Verhalten ausrichtest, ist der nächste Schritt, auch andere Menschen für dein Vorhaben zu gewinnen. Denn es wird schwierig sein, wenn du beispielsweise ein Haus baust und du alles alleine machst, die entsprechende Grube ausgräbst, das Fundament legst, Sanitär einbaust, Elektrik einbaust, das Dach deckst. All das wirst du wahrscheinlich nicht alleine schaffen. Du brauchst dort ein Team, einen Architekten, Statiker, Bauleiter, Bauarbeiter, Handwerker, die letztendlich das alles für dich zusammenbauen. Das Gleiche gilt auch, wenn du ein Auto baust, ein Produkt baust, deine Webseite baust oder deine Existenzgründung Wirklichkeit werden lässt. Du brauchst dann eben nicht einen Architekten und Statiker als Gründer. Du brauchst vielmehr Menschen, die kompetent sind. Du brauchst vielleicht jemanden, der ein Marketing-Ahnung hat, der ein Steuerrecht-Ahnung hat, einen Anwalt, der vielleicht einen Patentschutz- und Markenschutz-Ahnung hat. Du brauchst einen Unternehmensberater, um deine Enttragsmechanik, deinen Finanzplan aufzubauen, deinen Businessplan so zu erstellen, dass du vielleicht auch die Finanzierung bekommst, dann von Banken, Förderinstituten oder Investoren. Das Geheimnis ist also, dass du dein Denken in der ersten Linie ausrichtest, dein Verhalten, dein Denken anpasst und dann mit anderen Menschen so kommunizierst, dass die auch von deinem Vorhaben überzeugt, begeistert sind. Da steckt das Wort Geist drin oder Inspiration. Das bedeutet, dein Denken ist dann auch im Kopf der anderen Menschen. Und mit diesem Team gemeinsam wirst du deine Vorhaben, deine Erfolgsbrücke auch umsetzen können. Und das muss nicht ein Haus sein, das kann eine Gründung sein. Das kann ein Lied sein, was du komponierst. Eine Webseite, das kann eine Non-Profit-Organisation sein. Irgendein Vorhaben, wo du sagst, dafür lohnt es sich tatsächlich, deine Lebenszeit einzusetzen. Und natürlich auch aus der Verantwortung heraus, die Zeit der Menschen, die sich dir anschließen und anvertrauen. Ich lade dich nun ein, das, was ich jetzt gesagt habe, auf den Prüfstand zu stellen. Schau einfach mal die Kleidung an, die du hast oder der Stuhl, auf dem du sitzt. Beides war zunächst ein Gedanke. Beides hat die Gedankenwelt des Kreators, des Schöpfers, des Designers, des Produzenten bewegt. Danach hat dir sehr wahrscheinlich sein Verhalten ausgerichtet und dann die entsprechende Produktion der Textilie, also deiner Kleidung oder des Stuhls hervorgebracht und die entsprechenden Voraussetzungen geschafft, dass tatsächlich dein Stuhl, deine Kleidung und vielleicht auch deine Wohnung, dein Auto, all das, was du besitzt, was du täglich nutzt, so Wirklichkeit geworden ist. Also alles, was du hast, was du jetzt gerade besitzt, war zunächst ein Gedanke in der inneren Welt eines anderen Menschen, der vielleicht heute schon längst tot ist. Wenn du dieses Prinzip, dieses Geheimnis, dieses innere Labor, mit dem wir alle geboren werden, entdeckt hast und auch die Wirkung, dann wird dir vielleicht auch bewusst werden, was alles in der Zukunft möglich ist. Denn jeden Gedanken, den du hast und wo du es selbst schaffst, dein Verhalten und das Verhalten anderer Menschen darauf auszurichten, kann Wirklichkeit werden. Bei der Existenzkundung ist es natürlich auch so, dass es in der Regel kein Hobby ist oder Non-Profit-Organisation, sondern deine gesamte Ertragsmechanik gilt es so aufzubauen, dass die gesamten Investitionen, die Kosten sich tragen, aber auch dein Unternehmerlohn getragen wird und das anvertraute, aufgenommenes Fremdkapital zurückgezahlt werden kann. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, deine Ideen, deine Gedanken, bevor sie tatsächlich Wirklichkeit werden und du drauf zahlst, zu überprüfen, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Experten, unsere Berater, nicht nur Steuerberater, Anwälte und Marketingleute, sondern auch Unternehmensberater und auch Unternehmer können dann mit dir gemeinsam deinen Finanzplan überprüfen oder soweit fertigstellen, dass er plausibel ist und dass du ihn selbst umsetzen kannst oder Investoren oder Geldgeber überzeugen kannst. Buche also jetzt nicht nur unseren Kanal und like das Video und klicke auf die Glocke, damit du in Zukunft informiert wirst, sondern nutze den Link unterhalb des Videos zur Buchung deines kostenfreien Erstgespräches. Aufgrund dieses Erstgesprächs machen wir dir auch ein dezidiertes Angebot, wie wir dich dabei unterstützen können, nicht nur dein Vorhaben zu bewerten, sondern auch einen Plan zu erstellen und dich gerne bei der Umsetzung zu begleiten und zwar so lange, bis dein Vorhaben Realität geworden ist. Ich wünsche dir viel Erfolg. Auf deinem Weg, deine Ideen von Vorhaben, von Projekten in Zukunft tatsächlich auch Wirklichkeit werden zu lassen. Dein Daniel Schäfer